Goudai, hallo! Inspiration, Kreativität. Amrum hat viele Künstler, Fotografen, Maler, Töpfer, Bildhauer. Die Insel legt gerade dazu ein, kreativ zu werden und das kann man jetzt hier selbst auch im Farbrausch. Eine kleine Kreativwerkstatt, wo man Keramik selbst bemalen kann und das wollen wir uns mal anschauen und gucken, ob wir auch kreativ werden. Hallo Malo, wir sind heute mal vorbeigekommen, um bei euch zu schauen, was man alles machen kann, wie man seine Kreativität ausleben kann und ja, erzählt mal, was machen die Leute, die hierher kommen? Ja, die bemalen hier diese Keramik, die ich drehe und suchen sich dann einen Rohling aus, also zum Beispiel so eine schöne große Kaffeetasse und dann beraten wir sie, wie sie oder befragen sie, welche Vorstellungen sie haben oder ob sie schon eine Vorstellung haben. Wir haben auch Anregungen da und dann beraten wir sie, wie sie ihr Motiv oder ihre Vorstellungen eben umsetzen können. Das macht hauptsächlich Manuela. Das heißt, die kommen hierher und sagen, Mensch, ich habe jetzt Lust, Kaffeetasse oder eine Kanne, Butterdose, irgendwas zu malen. Gäste als aber Insulan? Ja, beinahe da. Also jetzt momentan hauptsächlich Gäste und wir hoffen natürlich dann nachher in ihrer Jahreszeit die Insulan auch anziehen. Macht ihr das als Kurse oder kann man individuell hier reinkommen, wie man gerade lustig ist und Laune ist? Ja, im Prinzip ja. Wir haben von 11 bis 17 Uhr zur Zeit geöffnet. Im Winter oder Herbst wird sich das vielleicht ein bisschen verändern und dann können die Leute eigentlich so kommen. Und das hat bisher auch immer funktioniert, dass wir alle untergekriegt haben, auch wenn es sehr voll war. Ja, ihr habt auch Außenplätze, habe ich gesehen, bei dem herrlichen Wetter im Sommer haben wir wahrscheinlich viel draußen gemalt. Und ihr habt natürlich ein bisschen auch hier schon was hingestellt, was die Leute so gemalt haben. Ich sehe viele Inselmotive dabei auch und das macht natürlich ordentlich Spaß. Wie lange sitzt man an so einer Geschichte? So eineinhalb, zwei Stunden kann man schon rechnen. Ehe dann so die Keramik zuerst, dann das Motiv, die Farben ausgesucht worden sind und ja, das Werk vollbracht ist. Und das wird dann fixiert und wahrscheinlich nochmal gefestigt? Ne, es wird dann nochmal, genau, glasiert und nochmal gebrannt. Okay. Bei über 1100 Grad und dann kann man es auch in eine Sprühmaschine machen, das Gebrauchsfische. Und ja, und die Leute sind also oft auch verwundert, wie lange sowas natürlich dauert. Und wie, ja, wie aufwendig es doch letztendlich ist, sowas zu normalen. Also haben mal ein Gespür dafür, was ihr so als Künstler auch wirklich sonst ja tagtäglich umsetzt. Ja, klar. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich glaube, bei mir pulsiert auch ein bisschen die Kreativität. Lass uns mal loslegen. Ja, schön. Schau mal hier, Kinka. Das wäre doch was für dich. Das ist der richtige Kaffeepot für unseren Paddel. Die richtige Größe. Sagen wir deine Lieblingsfarben. Rot. Ja, okay. Hm, grün. Ja. Und blau. Okay, ich habe die Lieblingsfarben schon ausgesucht. So, dann haben wir einmal die Farben. Wasser hier, siehst du die? In der Natur, also so sehen die nachher aus. Pinsel und Bleistift zum Vormalen, wenn du möchtest. Okay, viele Herzen und Blümchen. Ja. Dann ist ja dann eher eine Kinkertasse und keine Paddeltasse. Wir schauen mal mit dem Rand und so. Ich kann verschiedene Muster jetzt da einbringen. Mach du erst mal, wie du es dir ungefähr vorstellst und dann beraten wir dich noch, wie du das dann hinterher sozusagen verwirklichen kannst. Letzte Woche fertig gemalt. Jetzt wollen wir uns das Endergebnis mal anschauen und abholen. Hallo, Pika. Wow, Manu, das ist es? Ja. Ich glaube es ja nicht. Toll, ne? Brillant, oder? Das ist ja wow, oder? Ein kleines Stück Kunstwerk. Manu, vor ein paar Tagen im Sommerkleid. Jetzt ist es schon ein bisschen herbstlich. Sag, was habt ihr im Winter vor? Also wir haben erst mal vor, einen Markt zu machen, alle drei Wochen etwa. Und der Auftakt soll sein zum Erntedank, das Wochenende. Und zwar für Kunsthandwerker, die Lust haben, hier der Öffentlichkeit was vorzustellen. Dann kommt natürlich die Vorweihnachtszeit. Da freuen wir uns auch schon drauf. Da kommen sicher hoffentlich viele am Roma auch die Vorbereitungen für Weihnachten. Wo man Geschenke selbst machen kann. Wunderbar, wie wir sehen. Und ganz toll, herzlichen Dank, dass wir reinschnuppern durften in die kreative Welt von Papprauschen. Dankeschön. Super. So, Paddelchen, was sagst du? Deine Tasse? Aber das hat hier Nela nochmal nachgemalt, ne? Padel? Nein, ist gut, ist gut. Ich glaub's. Ich glaub's. Er war selbst dabei. Und diese Welle, diese Welle hier sollte eigentlich gerade werden, oder? Nein, die war so gewollt. Sehr schön, Kinka. Ganz herrlich. Fett und schäfer Gottlich. Ja, genau. Sehr schön.